Ich habe ihn eingesetzt. The belly of the beast, sehr schön. Ich denke mal, das im Koop, das wird echt Laune machen. Ja, aber leider haben sie sich ja entschieden, nur einen Last Stand Mode einzubauen. Ich denke mal, es wäre einfach zu hektisch und zu eng. Hey, what's that Morg? Und das ist jetzt ganz interessant von der Hintergrundgeschichte, weil die Orks, die haben ja eher rudimentär gebaute Raumschiffe, die eher praktisch sind. In diesem Fall haben sie einen Rock, ich glaube, im Deutschen heißt der Brocken, einfach mal in die Kanone reingesteuert und sich so quasi direkt einen Weg reingeschlagen mit für die Kanone, um sie zu übernehmen. Das ist schon sehr praktisch, ne? Und saumäßig doof, also. Ja, aber wie eben jetzt auch schon vorher mal angedeutet wurde, der Anführer der Orks scheint relativ intelligent zu sein, weil sie die Kanone nicht zerstört haben, sondern für die Space Marine nutzen. Und die nächste Waffe. Sehr schön. Aha. Ja. Ich wundere mich schon... Ja, Vengeance. Achso, ich kann jetzt ja hier nicht meinen Raketenwerfer benutzen. Oh no, don't press that button. Ja, hier sieht man auch schon wieder die Architektur, dieser ganze neogotische Stil mit den Schädeln und auch die ganzen Größe. Ich meine, die Space Marines sind wie groß? Äh, zwei Meter? Also sie entspricht so meiner Größe. Natürlich. Ich entsinne mich da noch gerade. Ich bin eher so, dass man bringt, wenn es danach geht. Ich bin ja so ein 2,04 Meter und du bist ja so ein 1,98 Meter. Natürlich. Und Sam ist ja auch nicht arg kleiner, der liegt ja bei 1,95 Meter. Ja klar. Und hier, ein Leiterbombe. Die kennen auch Spieler des Strategiespiels. Wird auch jetzt zu einem ähnlichen Zweck verwendet. Sehr viele Rumsachen. Und die haben die einfach hier so auf was so rumliegen. Echt klasse. Natürlich. Ja, ja, ja. Und das machen die Space Marines natürlich. Äh, entschuldigung. Wolltunnel. Die wollen das Ding einfach mal vorne an eine Kugel, dieser riesen Kanone schrauben. Und das Geschütze holt sich nicht. Verdamm. Das nenne ich richtig subtil. Und? Und hol sie dir. Ups. So auf ne ganz stumpfe Art macht's schon Spaß. Ja, ich hab ja gesagt. Ich hab mich vor kurzem ja irgendwann mal auf so ne tote Insel zurückgezogen. Und das war ein bisschen was anderes. Äh. Ach, das eine Spiel, was mich so erst aufgeregt hat. Ja. Aber das hat's nicht nur dich. Kann ich nicht beruhigen. Oh, hier haben wir die Frage um Spitzung zu ein paar Charaktären Orten aus Dorn of War 2 gibt. Äh, ich glaube für die Öffentlichkeit es ist ein ganz anderer Ort als bisher da war. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ah. Ja. Gewalt. Ähm. Und Cover kann man insofern nutzen, dass wenn man wirklich nur hinter Deckung läuft, wie bei jedem anderen Shooter, dann hat man Deckung. Aber man kann sich nicht speziell in Deckung begeben. Das wollten die Entwickler ja auch verhindern, indem sie diese Mechanik mit den, äh, Vengeance hier reingebracht haben. Indem man das ganze auflädt und dann damit Energierene generiert und eben auch durch die Finisher, dass man so eben Lebenspunkte regeneriert. Finde ich ehrlich gesagt auch super, weil es passt zu dem Spiel einfach. Und es macht auch die ganze Taktik dann viel offensiver, weil man nicht einfach dann, obwohl man weniger Endlichungen nach vorne wagen kann. Boah. Haha. Und hier sieht man schön. Dass das Spiel nicht auf dem Index ist. Naja, okay, die Orks sind ja nicht menschenähnlich. Aber... Sehr schön. Kurz der Rollo runterlassen, die Leute schauen schon wieder hier bei mir ins Zimmer rein. Dabei bin ich im sechsten Stock. Nächstes Mal musst du die Webcam anmachen. Natürlich, aber dann muss ich... Nackt vorm Richtung. Natürlich. Wegen dem Lag. Wir wissen viele Leute ja nicht, dass man früher Counter-Strike nackt vorm Rechner gespielt hat. Für eine bessere Latenz. Natürlich auch immer mit nem Messer am Schreibtisch, weil bei jeder Reise man rennt schneller mit nem Messer. Schade, dass das mit nem Schreibtisch auch nicht so ist. Aber das ist ja auch ein Messer der etwas anderen Art. Ich will loswerden, wie das Spiel der Welt etwas ist. Sei denn? Ich hab dich im Masser der der Die Ende des Spiels sind schon mit dem Platz auf dem Problem. Ist das so toll? Das war unbekannte Super-Strike. Ich hab dich in keinem St Même-Art zu verrichten. Olin, ja, sehr schön, aber ich finde es wirklich sehr interessant, wie du hier die Waffen so schön durchwechselst. Ja, ja, ist alles pro.